so willkommen zurück einfach plakat und fahrt weitermachen ganz einfach daten beschaffungsmission in der 34er zone machen das war es eigentlich schon eigentlich wieder eine ganz simple sache einfach die mission rein auf jetzt spielen hoffen dass wir eine gruppe finden dabei habe ich den dori guten tag hallo hallo und den sam kann ich sagen so wie immer auch hei dem jan bisher auch mal leichter so wie sagt uns fehlen noch zwei abonnenten bis zu 40 40 abonnenten abonnenten jetzt habe ich komplett also bei 40 abonnenten kommt die vierte zahl also wie ihr wisst ladebildschirm abozeit like zeit kommentiert zeit so jetzt hoffen wir dass die scheiß datenschaffungen kriegen aber eigentlich ist es immer simpel solange jetzt zwei afk leute dabei haben dann hatte ich heute reinhard bei einer mission er hat gebaut wie ein bekloppt also dumm baut wie tolls ja erstmal holz und nur komplette wände sie hat quasi nur wände vor den wickler gebaut kannst du immer quasi um die wände laufen das hat jetzt ein wettrüsten ausgelöst du hast doch bestimmt auch diese gerüchte gehört dass es noch einen gefährlicheren teil des sturms gibt oder einen ätzenden sturm der immer näher kommt und dich irgendwann lebendig verschlägt weißt du doch als ich sagte das würde hier niemals nie nicht passieren zählen die nicht für dich mit guck mal hast du beim bär unten in der einstehen schmack was sagt die zählen immer für alle wir müssen wie immer die daten beschaffen aber dieses mal müssen wir auf den sturm achten wenn du den sturm ausgesetzt bist tut das weh richtig weh du wirst schaden erleiden wenn du in dem sturm bist also behalte deine kondition im auge meiner ich habe ja schon zwei boah bis hier mal hier klarkommen dann hast du den doch geblächt ach was ein schade 100k leitung so hat doch nichts zu tun du hast einfach schneller da natürlich in der pingstelle du standst vor mir da haben wir im lager nichts besonderes aber trotzdem auch voll hier ist noch eins bekommst du nicht ich glaube ich hatte mal zwölf stück das gleiche steht ja da da ist noch eins ja ich freue mich auch zwei bei dem enden ist lustig immer wieder mitspielen jetzt ist der live stream online so wieder weg auch mal so wichtig sind die augen lande platz gesichtet also lande platz der sturm kreaturen könnte die daten beschädigen es wäre wohl besser verteidigungslinien um den landeplatz des ballons zu errichten dann hast du den bekommen ich habe nämlich nur ein jetzt habe ich erst zwei lecker vielleicht hast du ja einen für dich schon gewählt und da muss noch eins ich fang schon mal an den lande platz aufzuhäumen aber wie viel metall ich fahren musste für die bauten warum wir machten holz unser mitspieler zu sagen ich habe jetzt vier spiel das musiken hintergrund wieder von youtube wieder irgendwelche beschwerde krieg gegen urheberrechte ich habe sogar uhrheberrechtsverletzung wegen links bekommen dem trailer von fortleid selber hat doch jeder youtuber in seinen videos gezeigt aber das ist wieder hundertprozentig dass irgendeiner hat er halt die finger drauf und er kriegt dann halt seine 50 prozent und dann ist das okay das macht auch nur bei den kleineren youtuber so die ganzen steinwerne was habe ich diese komischen steinwerne da gebaut ja ich brauche jemals wohnen die machen sogar sinn alles was ich sage Katapulte machen, aber nicht im gewissen Sinne. Ach, scheidegal, ob es da steht in der Falle, ey. Ja, ist doch so. Ich habe jetzt einfach nur dahin geknallt, was ich noch da habe. Inventar, wie ich ihn aufrollen. Ich recycle das einfach mal. Kriege ich manchmal verschraubend zurück. Ja, schrauben aber jetzt genug. Ja, drück mal ein paar ab, bitte. Nein, 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 ich habe die, glaube ich, nicht mal dabei. Warte. Hast du den Strömschild gepackt, oder was? Jetzt habe ich mal 289, warte. Da hast du 200. Da habe ich sie wieder mitgeholt. Ja, hast du. Jetzt muss ich auch sagen, Trading, Trading. Weißt du, was witzig ist? Ich wurde gescampt. Ich habe nicht gescampt. Ne, ne. Davor hat ich selbst 1200. Ich habe nicht gescampt. Ach, weiß ich, egal, wer das ist. Nein, 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 nein. Mensch, was? Was ist eigentlich mit meinen 70 Silber? Hast du dich schon verbraten? Ne. sparsame nur für sinnvolle sachen außerdem meinen scheiß überlebenden da hätte ich doch noch warten soll ich wollte auch erst warten ach komm bevor ich wieder keine kriegen kannst lassen wir die unterdrücken da ist ja maximal geschissen von hier unten kommen die eigentlich ja von hier aus den Wolken aber die eine Deckenfalle kann ich definitiv nicht setzen die sind alle schlecht machen wir keinen schaden geld darauf die top sind was hast du bis jetzt gesetzt gar nichts das ist ja alles guck mal hier ach man die ist noch nicht fertig hier das war eine gute Deckenfalle und nicht ein grauer scheiß hier wow in 43 hat es nicht gereicht auf 48 klar guck mal hier ich hab doch alle Waffen auf 44 oh jetzt kann ich schnell an scheiße hast der dich denn gescappt ja ja vor allem da gibt es ja echt so lustige Videos ob sie echt sind weiß man natürlich auch nicht ja alles gefakte scheiße weißt du die besten sind immer die angeblichen love stories da denke ich mir immer ja mhm also bei manchen glaube ich sie schon aber bei anderen da denke ich mir aber ja das ist klar man kommt der scheiß Ballon jetzt da rum das hat er denn hier alles gebaut aber wie hast du eigentlich rundherum überall Fallen gepflegt wir sollen wieder rein kommen um das Missionsziel zu starten und dann hast du die noch alle geupgradet tja warten ja warten du musst Missionsziel Missionsziel starten ach du kannst ja gar nichts komm ich mach das heule wat zack es gibt nur eine Möglichkeit alle Daten zu beschaffen toll jetzt fällt er mir gleich in den Kopf wir müssen den Ballon so weit wie möglich abschießen pull den Ballon vom Himmel lade die Daten herunter und dann nichts wie wir guck mal ob es klappt wo kann die denn jetzt so guck nichts kaputt gemacht verteidige die Daten die kommt von da wo er alles schon angebaut hat und sie sind schon durch egal und es tut bester Spieler UE äh EU West ja das bestimmt auch so im Level 15 warte was für Fallen hat er ja 20er war wenigstens Legendär und nicht raus war wenigstens Legendär und nicht raus war wenigstens Legendär und nicht raus ich bin am Gehör ich bin am Gehör die Daten sehen gut aus die Daten sehen gut aus die Daten sehen gut aus hee es war ein Gehör äh ich war ein Gehör ich glaube ich bin am Gehör da nicht so weiter ich bin der da ist es nicht so wie Der ist ja schon wieder tot. Was macht denn? Da geht immer ne Gegner rein. Versucht auch mit dem Lassberry zu lassen. Noch eine Datei. Der steht ja voll im Nebel. Prägt der überhaupt was mit? Ne, der ist auf Karp. Ja, ich guck mal nicht, dass ich gleich in die Augen noch weiter kann. Ja, wieder. Och, scheiße. Jetzt hab ich noch nicht mehr. Man, da woanders ist er tot. Ja, wo sind die denn? Jetzt guck mal, jetzt schau mal. Schau mal meinen Verbie, der macht Laserhaut. Geht jetzt? Ah, ja. Wow. Ach, der andere so tot. Hier ist einer gerade gejogen. Oder war der schon da? Der ist schon die ganze Zeit da. Ich guck mal da. Ich guck mal da. Hey. Hey. Wuh. So, die ersten kommen durch. Einfach rein hier. Komm. Ja. 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 Das ist ganz entspannt. Ja, da ist ein bisschen rum. Das hört sich an, als müsste einer Sniper Kills machen. Scheiße, wenn das Tagesaufgabe ist, dann haste ich mich fest. Datei erfolgreich abgerufen. Ach, für meine Güte. Hey, das war aber ein guter Minibus. Oh, ich scheiße. Der Minibus hat mich kaputt gehauen. Ähm. Ich bin wieder da. Warte mal, schnell ane. Noch eine der Teich. Ich bin ein Bär. Ich bin ein Bär. Ja, aus der Map gesprungen. Kappa. Das war's komplett. Was wirklich? Ja, ich wollte links den Berg wieder hoch. Oh, Mann. Ja, komm, ich will respawn. Nicht erst in 27 Sekunden. Ach, die Verarsche. Boah, ich würde euch ja gerne helfen. Ich muss nur 20 Sekunden warten. Der lässt mich nicht respawn. jetzt. Jetzt. Ah, jetzt. Nein, der ging gar nicht. Entschuldigung. Wider Raum, stellt ihr ne Wand davor? Kann ich mal irgendwo meinen Bär hier hinstellen? Wir haben noch keine einzige Datei verloren. Ich denke, ich bin irgendwie bald. ganz entspannt in die letzte datei eigentlich schon gar nichts mehr machen der baut mir denn hier alles ich hatte 4000 schuss und jetzt habe ich 81 ich habe mich eben schon gewundert hast du die ganze Zeit durchgerattert weil die Waffe benutze ich auch nicht mehr die hat zwar ein fast gefühlt unendlich Magazin da war die Munition die fliegt nur so raus ich habe jetzt die ganze zeit durchgeschossen so ich war die ganze zeit im Sturm ich habe nichts anderes gemacht aber die Nordmann ist schon mit die beste Waffe im Spiel eigentlich ich habe die ja noch perfekt geparkt voll auf Critschaden keine Möglichkeit vortäuschen hast du eigentlich immer noch Ferien ja noch neun Tage jetzt 18 Tage dann hast du ja so lange Schule wo es so heiß war ja das stimmt nur 29 vorteil fix und schraubt oder 50 was ist das es geht's mir weh ja ich kann es umhören kritische Trefferwärter umwandlungsskizze falle ungewöhnlicher vorteilsvorrat ahja königlicher vorteilsvorrat was das in ach die komischen grünen vorteil fixe da ach so aber ich habe so ein viel umwandlungsschlüssel schrott brauchst du nicht so das was eigentlich mit der Mission bekommen haben wir eh wieder nix mäm bäm bäm jetzt muss ich gar nicht überlegen die Wandel klichter die braucht kein mensch sparen in der tat eben in dem video habe ich das auch gesehen da wollte ich dir das sagen die wandlicht ist ein kompletter schrott das mit die schlechte falle die es gibt ja ich weiß die macht kurz und dann stehen hier und dann starten die gegner für ein paar sekunden und dann laufen sie weiter vor allem die macht auch gar keinen schaden eigentlich komplett lösen ist eigentlich könnte ich mir die donnertore noch holen dann das eine konstrukteurin ja also in den videos hast du glaube ich noch nie mit einer konstrukteurin gespielt und komplett sinnlos die zu holen also eigentlich konstrukteure sind eigentlich nur für solo sturmschild verteidigung gut wegen dem bauern gehen weil das so ein wenig kostet oder ja vor allem du hast ja noch fähigkeiten wie die basis dass wenn die dinge da gegen rennen und schaden machen dass sie dann selbst schaden kriegen und sowas so dann würde ich sagen beende ich mal das video wie gesagt einfach die mission datenbeschaffung 300 34 plus zone einfach nur abschließend erfolgreich kriegt die fünf mal blitz in der flasche doch mehr gibt es eigentlich dazu nichts nicht zu sagen in dem sinne haut rein